Den Richter besiegt. Alle Verbrechen werden Vergeltung erfahren. Ah, gesuchte Richter abgeschlossen. Auch wenn ich es nie ausgewählt hatte, glaube ich. Alles klar. So, welchen habe ich denn noch nicht? Neben dem Richter. The Judge Falls. Ah. General Products. Suicide Schlumps. Die sind da unten, wäsig. Suicide Slumps, da, genau. Stahlwerk, Ace Oak Clubs. Ich schätze mal, beim Stahlwerk. Ah, ich bin mir nicht sicher. Anyone for Gorilla Island? Was ist denn Gorilla Island? Achso, Gorilla-Insel. Boah, nee, sorry. Achso, er hat mich anweitet. Ich konnte ja gar nicht aussuchen. Wie viele Punkte gibt es denn da für immer? Hm, ein paar. Ich weiß nicht, wie viel so ein Strich ist. Sind das 10 Punkte? Ich glaube schon, war. 10, 20, 30, 40, 50. Fehlen uns nochmal 50 jetzt. Dr. Fate ist dort. Kordax auch. Laut. Ne, und laut mein, ähm, Journal. General Kordax, oder? Ja, die Map ist natürlich wieder geil. Aha. Muss ich mal gucken, ob ich ihn hab? Zeig. Na, jetzt ist meine Karte-Buggy, oder was? Auf welchem Dach? Wovon redet er? Also, ich meine, Dr. Fate lasse ich mir nicht entgehen. Selbst wenn ich ihn schon habe. Wo ist er denn lang geflogen? No. Äh. Er ist ein bisschen anders geflogen, als ich anscheinend. Äh. Lol. Wie meine Karte schon wieder rumbackt. Das ist so grausam. Auf dem Dach hab ich den noch nie gesehen. Ah, ich hab den allgemein noch nie gesehen, deswegen. Irgendwo da. Dr. Fate, war der gut, war der böse, weiß ich nicht mehr. Topaz Lane, ne, hab ich aber. Oder? Ja. Immerhin. Kann die schaden, irgendwo vorbeizufliegen. Wenn man's noch nicht kennt. Erhalter-Tagebuch. Der zunehmende Mond verstärkt aufbauende und positive Magie. Ja, jetzt kommt hin, dass der hier irgendwo war. Hier kriegt man auch diese, ähm, Quest für ihn. Also mit ihm. Gegen ihn. Im Shiny Theater. Ihr wisst. Ach, naja. Dann nicht. Äh. Ist manchmal so, dass man den sieht und dann nicht mehr sieht. Das kenn ich bei Bizarro, das hatte ich schon mal. Da wollte ich Bizarro holen und da auf einmal, äh, war keiner da. Bei Grandi ist das ganz schlimm, finde ich. Gehst du Grandi hin? Jomei. Ist auch nicht da, hast du Pech gehabt. Ah, diese Spannung. Ich liebe diese Spannung in diesem Let's Play. Seht ihr das nicht aus, so? Nein. Oh Gott. Hier irgendwo? Ist der da drin, General Kordax? Achso, der ist da hinten bei dem. Ich glaube, gegen General Kordax habe ich schon mal gekämpft. Und der hat mich so auseinandergenommen, wo ich dann gedacht habe, what the fuck. Hallo, Tiger, hey. Ihr werdet bald alle Sklaven sein. Hey, da sehe ich ihn doch schon, ne? Ja, da ist er doch. Hey, nicht so. Nicht so, ihr Schweine. Mein Leben für das I-Land des wird vorverstehen. Das ist bei ihm schon wieder der Fluchmechanismus angegangen hier. Ich weiß nicht, die Chat-Erkennung ist schon sehr komisch. Finde ich persönlich. Aber das kann ja jeder so sehr, wer will. Genießt euren Kurzwebigen-Sieg. Ihr werdet euch dem Willen von Atlantis beugen. Da muss ich mich noch beim Wachtmeister melden. Super Sache. Ah, darauf habe ich jetzt keine Lust. So, weil die Feeds sind mir wichtiger. Und dafür gibt es, glaube ich, nicht so viele Fähigkeitspunkte. Neferitos Gotham. Killer Frost Gotham. Ähm, ja. Jo, ich glaube, da müssen wir jetzt nach Gotham. Und dann gehe ich jetzt mal an der Basis einfach. Was hat er gesagt? Ultimate Edition? Hat er jetzt die Ultimate Edition? Kann das sein? Ich habe es gerade nicht gelesen, weil das kam gleichzeitig, wie ich gesorgt habe. Kann ich nur empfehlen, die Ultimate Edition, wirklich. Okay. Also, das ist eine gute Sache. Weil man spart Geld, glaube ich. Aber, was ich empfehlen kann, sich, ähm, das Thema Kira-Add-On zu holen. Und, also eigentlich, ich würde mir nur drei Add-On zu holen, letztendlich, für die das ganze Spiel. Weil, dann kann man CR-100 bekommen und hat nur 30 Euro für die das Spiel ausgegeben. Nur. Ist jetzt weniger als Vollpreis eigentlich. Und, naja, letztendlich hat man schon mehr Zeit investiert. Für gewöhnlich. Ähm, gesucht der Neu-Kordox. Bing! Verstehe ich nicht. Habe ich gerade abgeschlossen? Jetzt kriege ich nochmal. Aber da ist Hinde. Achso, wollte gerade sagen, den habe ich schon besiegt. Habe ich auch schon besiegt. Habe ich auch schon besiegt. Killer Frost. Und Neferitos. Und Grundy habe ich auch noch nicht besiegt. Naja. Ach, da hinten. Ich habe mal überlegt. Ich finde es gerade nicht. Empfehlen. Lohnt sich zu investieren hier. Nach Hause telefonieren. So, wo war Killer Frost hier? Ich warte jetzt erstmal hier oben. Und da schnappe ich mir noch mein Exo-Bit. Boah, warte. Wir haben schon 1, 2, 3, 10. Mensch, ins Kinder ist ihr. Könnt ihr euch machen, sowas. Wie lange nehme ich denn schon wieder auf? 80 Minuten erst oder so, wa? Da ist er ja schon. So, wo haben wir sie denn? Die Killer Frost. Hey. Das brauche ich. Datei 1179. Omex werden durch eine direkte Injektion einer schnell wirkenden, nanosierten Lösung erschaffen. Killer, wo bist du? Killer, wo bist du? Na, hier ist er nicht. So viel ist klar. Die habe ich letztens mit irgendeinem Schurken gesehen. Äh, mit einem Helden. Schurken. Wahrscheinlich ein Schurke, oder? Ho, ho. Hallo, hallo. Hallo. Wisst ihr, ich könnte jetzt böse sein. Und ich bin auch böse. Haha. Ich weiß, was macht man eigentlich nicht mit Missionstrollen und so, aber es macht so Spaß. Hä, wo ist denn Killer Frost, ey? Mach mich nicht fertig hier. Die wird ja hier wohl irgendwo rumtanzen. Oder turnt die schon mehr hier außerhalb ihres Missionsgebiet rum. Da ist eine Drohne nur. Sonst rennt hier immer in der Mitte rum, das weiß ich doch. Kenn ich doch schon. Hey, ich habe Eis gesehen. Oh. Schade. Hätte klappen können.